Und ich neige zwei, warte alleine, nie mehr und seine Nacht Ich bin wieder im Alarm Ah nah Cadillac Und Cadillac durch ja Mit dir, nur mit dir hatte ja ja Nur mit dir hatte ich Komm doch bitte mit dir, flieg mit mir Heute nach Havanna Fliege nach Aden Nur um dich zu sehen Keiner so schön Wie du Mö Zu viele Fantasien in meinem Kopf So Leute, wir haben ein Oh, drei sogar Na gut Drei Amazon Prime Packs Schlecht Ab geht's Ich sag mal so Meistens der Spieler hier Eher schlecht Eher schlecht, aber es geht um die Picks, die am Start sind Gwedish Boah, das Ding ist, da sind jetzt nicht mal höhere Spieler, ne Als 81 drin, das ist natürlich jetzt echt bitter Boah, übrigens 3,81 Egal, es geht um diesen einen von vier Spielern hier, come on Ja Uh, Sancho Kann man machen, Digga Thiago Hätte ich gesagt, ist auch in Ordnung Aber Sancho Nehmen wir natürlich lieber mit Let's go, 87er Jaden Sancho Okay, SBCs Ganz in Ordnung Okay, wir haben noch zwei davon Let's go Let's go, let's go, let's go Wie gesagt, muss ja schon sonst Dafür, dass man nichts machen muss, außer Amazon Prime zu haben Ist das Ganze in Ordnung, Alter, ganz ehrlich Ja, komm, Alter Wenigstens ein Ja, okay, Bufon 82er Wenigstens ein 83er Da wäre ganz fresh, aber mit Bufon Wie Oh, bin ich auch zu bringen Dann ein 75er Ein 6er Oh, Paarer, aber eh Wenigstens 84 Tempo Als Innenverteiger So muss das sein Let's go, nächste Karte Uh, Hazard Ey, Digga Wieder, ey Kurz vor Ende hat uns der Pick nochmal gerettet Obwohl Gudin auch in Ordnung gewesen wäre Sehr nice 85er rated Champions Jetzt die Karte, Eden Hazard Also bislang, muss ich sagen Boah Haben wir so einen Prime Gaming Packs gefallen mir Kann man machen, halt Let's go 87er Sancho Jetzt 88er, Hazard Jetzt vielleicht ein 89er oder so Ich will jetzt feiern, Digga Come on Let's go Vielleicht auch mal hier zur Abwechslung Wieder kein 83er, also Digga Ah, doch Okay Oh Digga Das ist Alexander Arnold Was hab ich denn da gesehen gerade eben Oder WTF Ganz lost von mir gewesen Alexander Arnold Welcome 87, Digga Was ist das für Packs, Alter Ey, Bruder Ab sofort in Zukunft nur noch Prime Gaming Packs öffnen Ich sag's euch Sehr, sehr nice Und wir haben noch das E-Save Jetzt wird der Pick schlecht, Alter Hundertprozentig Wird der Pick jetzt komplett lost Weil der Spieler hier gut war Aber Sag ich Ist in Ordnung Kann man machen Ja, Digga Das war wieder Ey, Oli Scheiß Es war so klar, ne Dass der Pick jetzt nichts wird Äh Oh Mann, Joli Ich glaub Oskar Hase hatten wir schon Und daher Ja, aber ich Bin zufrieden Es wird Zeit für's 85er Pack Es wird Zeit Für was Heftiges Im 85er Pack Sagen wir's lieber so 3, 2, 1 Ab geht die wilde Fahrt Ab geht die wilde Fahrt In's 85er Plus Come on Let's go Gönn irgendwas 90 Plus mäßiges Belgien Torwart Ah, knapp, Alter Real Madrid Na, Thibaut Courtois 89 rated Mann, ey Das ist halt, ne Ihr wisst es Die Chancen Torwart zu ziehen in den Packs ist Gefühlt 50-50 Ich schwöre's euch Die Chance ist 50-50, ey Das ist unfassbar Courtois Auch jetzt glaub ich schon Ja, 2, 3 Mal oder so Aus den Packs gezogen Deswegen Sonst hätte ich gesagt 89er nehmen wir mit Aber dadurch dass ich ihn jetzt Auch schon 2, 3 Mal hatte Ist halt, oh na Eigentlich bitter, ey Aber wie immer Es könnten Es könnten noch 1, 2, 3 Vielleicht sogar Stabile Walkouts dahinter sein Weil Courtois mit 89 Ja ganz Ganz gut Dabei ist vom Rating her Aber, ja Sonst Ist es Also ich sag mal so Das Pack könnte noch okay werden 3 Walkouts drin sind Na, sag mal 2, Digga 2 Wenn noch 2 Walkouts drin sind Dann ist das Pack akzeptabel Okay Ist es bei 3 Bei 4 Ist es Ganz in Ordnung, ja Wir gucken mal Die 3 Wörter, die ich gerade genannt hab Haben fast alle die gleiche Bedeutung Also von daher 3, 2, 1 Let's go Ist eigentlich scheißegal Wenn man ehrlich ist Was soll's Ab geht die wilde Fahrt Ein, ey Digga Okay Das Pack ist shit, Alter 2 Torhüter Beide Walkouts Korrekt, Digga Korrekt 2 Walkouts Beide Torhüter Wir kommen zum 85er Plus Pack 85er Plus Pack 3, 2, 1 Let's go Wir gucken mal was drin sein wird Ich hoffe Wir reiben uns die Hände Wir reiben uns die Hände Wir reiben uns die Hände schon mal warm Für Was Gutes Oder auch nicht Äh Deutschland Torwart Was Oh Barcelona Digga Okay 90er Testegen Immerhin 90er Walkouts Ja Ist okay Ist okay Ist okay Digga Kommt hier raus wie ein Zombie der Testegen Ist okay Können wir auf jeden Fall Relativ Relativ Zufrieden sein Wir gucken mal was Center ist 3, 2, 1 Let's go Testegen 90 Kann man mit arbeiten Vielleicht noch 1, 2 Walkouts Ja Depay ist mal wieder am Start Rushfort Fabinho 87er 2 Walkouts Nur Ist natürlich Bisschen bitter Muss ich ganz ehrlich sagen Ist bisschen bitter Rodri ist noch am Start Ist echt bitter Ist sehr, sehr bitter Ist sehr, 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 sehr bitter Aber na gut Kann man nix machen Wir packen alles in Verein Ist in Ordnung Okay Leute Seid ihr bereit? 3, 2, 1 Oh, Alter Bruder Mach kein Auge Stift Mach kein Fass ins Auge Gerade gerammt den Stift Alter Ganz trocken, Alter Let's go Mann, Alter Komm, Stift Holland Fett M Ist das? Barcelona de Jong Oh, Incom de Jong Okay Na, der hat nur 86 Oh mein Gott, Digga Ich kacke in die Hose, Alter Der Typ hat nur 86 Macht der noch den hier, Alter Ah ne, so Aufbreche, Alter Ey, der hat nur 86 Das kann ja nicht wahr sein Hat der nur 86 Was hat der normale 85 Der? Oh mein Gott Brody Aber Das ist noch nicht das Ende, Leute Das ist eigentlich Scheiße, Digga Eigentlich ist Das ist traurig, Digga Das ist traurig, Alter Das ist traurig Aber Das ist eigentlich positiv Da, Leute Da kann auch was hinter sein, Leute Da kann auch was hinter sein Und zwar Werden Da höchstwahrscheinlich Gehe ich jetzt mal von aus Weil ja immer irgendwie die Special Karte vorne ist Das heißt, da wird natürlich jetzt keiner Kein Team Moptier drin sein oder so Ist klar Aber da können noch bessere Karten Higher Rated hinter sein Also kann nur 88er, 89er, 90er, 91er Normale Goldkarten können da halt hinter sein noch Weil die Special Karte Ich weiß nicht, ob ich es geil finde Dass die Special Karte vorne ist Aber naja gut Was solls Also von daher Es könnte Also Wenn da nichts mehr besseres dahinter ist Und der Jungen der beste Spieler ist mit 86 Dann ist eigentlich wieder Krise Dann ist wieder Krisensitzung mit EA eigentlich Weil dann, Digga Ist wieder Super Go eingetreten Wenn der erste Spieler ein 86er ist Digga Dann ist der Rest Egal Wir gucken Ab gehts Ja gut Hab ich gesagt Krisensitzung mit EA Okay Die könnte man hier fast schon einberufen Aber es geht noch gerade so Alter 2,87er ist natürlich jetzt auch nicht Das mega bombastisch Gute Aber immerhin 3 Walkouts Kann man vielleicht noch als positiven Aspekt nennen Alter 3 von 5 Walkouts Könnt man noch sagen Ja gut Hab ich gesagt Das ist gut Ja gut 84er Pick mal wieder 3 Stück 4 sind es sogar nicht 3 Von den Spielern Die 84 oder höher rated sind Sehr sehr nice Sehr sehr nice Let's go Oh Enttäuschlich Brodie Team of the Season Hat man schon gesehen Wow Marcus Llorente Und Jesus Navas Beide sehr sehr geile Picks Brandt und Thiago Silva Schwach Sehr sehr schwach Aber Jesus Navas Sehr sehr geil Haben wir damals als Team of the Season Nominierten Karte Ich glaube 3 Mal gezogen hatte der glaube ich 89 oder so ne Ne 88 hatte der sogar 88 Jetzt haben wir ein 91er Jesus Navas Das für SBCs Sehr sehr nice Das ist etwas sehr sehr nice Das kann man auf jeden Fall machen Mit Llorente wäre ich auch zufrieden gewesen Aber Digga wenn Navas am Start ist Wie ist der eigentlich Digga er ist 36 Mit 36,94 Tempo Alter Läuft bei den Kollegen auf jeden Fall Ich habe Silber auch 36 Ne ja 37 sogar Läuft Ich habe Silber auch 37 Alter WTF Egal Jesus Navas kommt in den Start Ist sehr sehr geil Hauen wir zwar in SPT Aber trotzdem geiler Spieler High rated 91 auch noch nicht am Start Gewesen bislang Von daher sehr nice